Clasher, seid willkommen und wie ihr es in der Überschrift sehen könnt, geht es jetzt darum, den Gewinner auszulosen. Ja, ich möchte mich erstmal bedanken, dass ihr alle hier so fleißig mitgemacht habt. Schaut es euch mal an, wir haben insgesamt 236 Kommentare, 1200 Aufrufe, 223 mal den Daumen nach hoch und 8 mal den Daumen runter. Na ja gut, sehr lustig. Ja und ihr habt echt super mitgemacht, vielen, vielen, vielen lieben Dank. Auch Kevin von CC Friends und Lord Lorenz werden natürlich die Account Verlosung heute machen. So und jetzt werde ich mir hier oben noch meinen Link hier kopieren und wir gehen gleich rüber und ich schaue mal, ob ich es umgeschnitten schaffe. Hier rüber gehen und ja, ihr seht es, wahnsinnig viele Kommentare, jede Menge Kommentare, das habt ihr echt richtig gut gemacht. Ich möchte mich total bedanken bei euch, dass ihr wieder so fleißig mitgemacht habt. Vielen Dank, dass ein paar neue Abonnenten auf den Kanal gekommen sind, das ist richtig gut. Und ihr seht ja, hier gibt es immer, ja, vernünftiges Gameplay und auch mal eine Verlosung für euch, was zum Gewinnen und so soll das sein. So, jetzt drücke ich kurz den Pause-Button und dann springe ich rüber in den Comment-Picker hier. Und schon sind wir drüben beim YouTube-Random-Comment-Picker. Ich füge die YouTube-URL zu meinem Video hier ein, wir laden alle Kommentare und lösen, ziehen jetzt den Gewinner. And the winner is Frankie2001. Ein Comment, ein Like, ich will gewinnen. Das ist alles richtig, herzlichen Glückwunsch, Frankie2001, du gewinnst den Account, der bei mir zur Verlosung stand. Ja, viel Spaß damit, schreib mich an unter Line-ID, unter Line-ID füge ich die unten in die Infobox hinein, kannst du mich einschreiben. Frankie2001, bitte schreib mich an, dann machen wir eine kleine Identitätsprüfung und dann bekommst du die Daten von mir und kannst fröhlich drauf loszocken. Ja, alle die mitgemacht haben, vielen, vielen Dank, es kann leider nicht jeder gewinnen und jetzt sind wir glaube ich bei etwas über 4.400 Abonnenten auf meinem Kanal. Wenn wir die 4.500 knacken, das sollte nicht mehr so lange dauern, gibt es die nächste Verlosung und da werde ich mal schauen, dass ich Edelsteine bekomme, dass wir Edelsteine verlosen können von IGG. Und ja, das soll's gewesen sein, Frankie2001, du hast gewonnen, wir sehen uns, schreib mich an, Clasher, macht's gut, bis zum nächsten Video, tschüss.